Jetzt ist es soweit. Eine schöne Herbstbrise. Wir stehen draußen, machen heute eine praktische Prüfung im Einparken. Anne und ich, Frau, Mann, werden einparken. Experte vom TÜV, Herr Schäfer, wird das Ganze als Fachmann bewerten. Lingen wir los. Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Hupkonzert wie von tausend Trompeten. Ich will zu dir, nun stehe ich hier so'n Scheiß. Einparkvorgang selbst, in Ordnung, profimäßig. Kann man nichts dagegen sagen. Nicht ganz prüfungskonform. Was? Ja. Ich drehe schon seit Stunden. Hier sind meine Runden. Es trommeln die Motoren. Es dröhnt in meinen Ohren. Ich bin mit deinem Parkplatz. Ich komm zu spät, such dir mein Schatz. Das ist mein Kaffee und Kuchen. Und ich muss weiter suchen. An jeder Ecke stehen. Das war in Ordnung. Abstand ist okay. Die ganze Sache mit Verkehrsbeobachtung auch okay. George war etwas stürmischer, daher schneller. Aber von der Sicherheitsseite her, was war der Anne eigentlich am besten? So, nun sind wir am Ende unserer Fahrprüfung heute, was das Einparken angeht. Ich muss sagen, was die Regeln angeht, war Anne besser. Ja, da sieht man es mal wieder. Frauen singen gar nicht so schlecht. Siehste mal. Wie Herr Schäfer auch gesagt hat, was Rückspiegelblick angeht, Außenspiegel, der ganze Sermon, den man eigentlich nicht braucht, aber gut, der nun mal Regel ist, ja, das hat Anne alles beachtet in 45 Sekunden. Aber zwölf Sekunden muss man erstmal schlagen, ja. Ich meine, da ist ja keine Zeit, auf Regeln und auf Außenspiegel zu achten, ja. Muss man auch mal dazu sagen. Herr Schäfer, hätten wir beide jetzt die Fluppe bekommen? Das wäre in Ordnung. Bei dir war es etwas dynamischer. Sie ist auf der sicheren Seite. Ich würde sagen, halb, halb, ja. So, reichen wir uns die Hand, Anne. Kompliment, schön gemacht.